Tatsächlich, weil sich die Bundesländer nicht zutrauen, es in Eigenregie wirklich einheitlich hinzubekommen. Das hat ja in der Vergangenheit während der gesamten Pandemie auch nicht wirklich gut geklappt. Da hat es eben jeder, hat jeder seine Spielräume so genutzt. Und jetzt steuern sie auf eine unbequeme Situation zu. Wenn in vier Wochen die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen sollte, muss man eine neue Regelung finden. Sonst landet die Verantwortung bei den Ländern. Es gibt da aktuell drei Möglichkeiten. Entweder der Bundestag verlängert die epidemische Lage, das ist aber nicht besonders populär. Oder er ändert das Infektionsschutzgesetz so, dass Schutzmaßnahmen auch ohne epidemische Lage möglich sind. Auch das wird sicherlich Kritik hervorrufen. Oder dritte Möglichkeit, man lässt das tatsächlich einfach auslaufen. Dann können immer noch die Länder selber in Eigenregie entscheiden, welche Schutzmaßnahmen sie ergreifen in Abstimmung mit den Länderparlamenten. Aber das wird natürlich kompliziert und Schutzmaßnahmen sind nicht immer populär. Man muss sie immer kritisch hinterfragen. Man muss sie immer diskutieren und begründen, das in 16 Bundesländern einzeln durchzuziehen. Das wird dann tatsächlich ganz schön kompliziert.